Und da suchen wir diesmal Menschen mit einem ganz großen Herzen. Das ist der Jackie. Es ist ein alter Irish Setter, er ist circa zwölf Jahre alt. Er ist noch nicht so lange hier im Tierheim, kam in einem ziemlich schlechten Zustand. Also er musste richtig erstmal in Narkose gelegt werden und das Fell musste abgeschoren werden. Er hat ein Atemproblem, da ist noch nicht ganz abgeklärt, woran das liegt, warum das so ist. Aber es ist ein super freundlicher Hund und für den Jackie zählt wirklich jeder Tag. Der kann, wenn das mit der Atmung wieder gut wird, das wird hier im Tierheim natürlich abgeklärt, ne Schätzchen. Der kann durchaus noch ein, zwei tolle Jahre haben, aber es kann auch ganz schnell gehen. Und deshalb suchen wir wirklich ganz schnell eine Familie, die ihn hier rausholt und ihm nochmal ein richtig tolles Zuhause gibt. Also Irish Setter, Freunde, den ruhigen alten Hund suchen, ganz schnell hier im Dresdner Tierheim vorbeikommen.